Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Exit Das Gedonner hat mich abgelenkt Hallo So ich bin jetzt auch fertig Ja Mit innen abdrehen Woher am stehen geblieben Sicherung raus Bei ihnen ist die Sicherung raus Achso Krass Wieso schreibe ich das so Jetzt muss ich erstmal whatsappen Krass So das hat man jetzt schön in der Aufnahme Ey Das ist wunderbar Sage mal was ist denn das für eine Mausempfindlichkeit Sound runter Geräusche runter Fertig Zurück zum Spiel Yeah Ich meine Mausempfindlichkeit hätte eine Mause ändern Aber irgendwie ändert sich da gerade gar nichts Wenn ich da drücke Egal Der Ah jetzt geht's Ah ich weiß wo der Blitz eingeschlagen ist Aber ich sag's nicht Sonst weiß jeder wo wir sind Aber ich gehe erstmal aus der Bude raus Ich sollte vielleicht meine Idee wie immer ein bisschen ändern Ja das geht schon So Ich hab ja auch mal einen Singleplayer hab ich jetzt so gezockt Ein bisschen Da hab ich übelst geile Schuhe gefunden Und du willst hoch springen Keinen Storzschaden Ja das sind die Ja das sind die Ja das sind die Verdrückt Ich müsste meinen Kopf mal groß machen Und ich hab's immer noch klein Ja das kommt vor Kenn ich Hm 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 Das sind die Das sind sie auch nicht Hm Jetzt such ich hier Schuhe Warte Hier unten warte Gold In dem Fall bräuchst du Gold Fried her Keine Ahnung So die Federdinger Vier Stück Und was für Federn So Gold Und was mit Gold Golden F E A T H Goldene Federn Eine Feder und Gold drum Jetzt weiß ich was ich mach Fehler Jetzt hab ich schmeiß ich die ja noch aus dem Inventar Ich voll idiotisch Gold Das Gold könnte ich mal in die Truhe schmeißen Wie alles hast du Ich hab jetzt alles geklaut Einfach auf ein Slashchen Wow War ja noch War noch übrig Wir hatten genau Brauchst du jetzt so Schuhe für mich? Danke das ist aber nett Machen Kaka auf mach ich hier So eins Zwo Cloud Boots Hammer geil Was für die Schuhe? Sag ich mal Ah da sind sie Okay Trotzdem kann ich genauso hoch springen wie du Na warte mal komm mal raus Warte ich muss was reparieren Ich muss platzsparend arbeiten Boing 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 Wow jetzt bin ich hier raus gesprungen Warte ich komm hier rein Nein Ich kann dafür schnell rein Warte ich muss was reparieren Was könnt ihr? Nix Ich kann hoch springen Ich kann schnell rennen Moin Das ist viel geiler Wo? Jetzt sind wir hier wieder drin Ich hab doch hier so ne Frost Ich glaube ich werde da hinten ein paar Bücher klauen Wo? Da hinten Wo der Verzauberungstisch ist Da ist doch so übelst viele Bücher Jetzt kannst du schnell rennen Und ich spring hinter dir her Boah alter ich kann die Mausempfindlichkeit Noch so runter rattern Wenn ich mal wüsste wo das ist Ach da hinten Einfach gerade durch Bloß ich muss hier Ich komm mit der Maus dann nicht so schnell hinterher Ach da ist er ja oder? So Ah also Also echt geil Du hast mal kurz gar nichts gesehen ne? Ja ich weiß wir sind schon mittendrin Cool Wo bist du? Ich seh dich nicht Ich bin schon da Ist das an dem Berg gell? Ja das ist der Berg wo du die Bücher rausspähen siehst Ja ich bin grad da Ich stand grad auf dem Baum und hab auf dich gewartet Ich hab dich aber nicht gefunden Ja weil ich so episch schnell bin Ach das glaubst du selber nicht Du kannst doch springen Ich kann Ich kann schnell laufen Hilf dir mal beim abbauen Hä? Na da fällts erstmal runter Na gut hier unten ist noch mehr Na schön wenn du jetzt über mir Also über dir die Bücher abbaust Und ich fall runter Was das waren Bücher? Ach da sind ja nochmal Bücher Ja Ist mir gar nicht aufgefallen An den Bücher hier Wer will denn die alle lesen? Ich? Hallo? Viel Spaß Du weißt doch Bildung ist das A und O Interessant Ich hab gestern hier äh Schulz in der Box geguckt Vor allem Wer nichts kann geht zum Fernsehen Na würde ich auch hingehen Achso Du kannst ja wenigstens was Das bestimmt für die Also hier liebe Leute Wenn ihr nichts wisst Was ihr später werden wollt Und ihr nichts drauf habt Geht zum Fernseher Am besten ins RTL Oh ja Hier ist ein Schalter Ich hätte mich jetzt so gefeiert Wäre da oben als ich in die Luft geflogen Ich guck jetzt grad mal dahinter was da ist Ah warte mal Ich betätige ihn Jetzt geh ich gucken wo der Redstone hingeht Achso das ist das Ding was wir zerschossen haben Gleich in der ersten Aufnahme Alter das geht irgendwie hier raus aber das ist Also ich hab jetzt so ein paar Stacks Die sollten glaub ich erstmal reichen Ich hab einein halb Stacks Hast du dir keine Axt draus genommen? So Ah da startet jemand Die ganzen Kack erstmal zurechtschmeißen Freu ich nicht Alter seitdem ich Windows 8.1 drauf hab Habe ich in der Aufnahme hier über 100 Frames Habe ich bei LOL auch Schleichwerbung Windows 8.1 kauft es euch 85 Euro Ne ich hab gehört das ist äh Nicht so sicher bis jetzt noch Wegen den Viren und alles Alter wer sich kein Viren Scanner leisten kann hat Pech Ja aber trotzdem Äh wer sich aber den Heartbleeding Security Bug da leisten kann der hat echt Pech So ich probiere jetzt den Scheiß Ich hab aber was das Rechnige Ich hab aber was das Rechnige Ich hab grad so beim Hüpfen gesehen Habe ich komplett ausgerottet Ich geh ein paar Zorni schlachten Krass Boin Äh was ist das Das ist so ein Geist mit einer Säge dran Der hat 160 Leben Ich weiß Komm ich einmal mit Mein Schwert Eliminiere ihn jetzt Wo ist er denn? Och da ist er Er hat nur noch 50 Jetzt teleportiert er sich weg Ja der ist dann gleich unsichtbar Oder man hat Neidwischen wie ich Oh Seelen Ey Was bringt Was bringt nochmal die Seelen Das hab ich vermissen Ah jetzt ist er unsichtbar Verbiss dich Verbiss dich Und jetzt Ich hab ihn geschlagen Boah da kommt ein Meins 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 Kaffin Ich hab ihn Willst du ihn dann haben? Guck mal ich mach Tot Creeper Welchen Creeper Ich muss hier essen Nium 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 Wie schnell ich da einfach nur rumrennen Weißt du was geiles an Neidwischen? Ich seh alles Boing 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 Ich wettet der Eier klar steht auch schon Wie gerne geht sich die Welt nicht? Ich springe gerade nicht rum Ah jetzt Das dauert ein bisschen Außer wir tun nochmal 20 Euro reinstecken Aber da haben wir auch nur ein Giga mehr Ja Das ist eh sinnlos Ich hab wo ich meinen Server geholt hatte Hab ich einfach alles standardmäßig für Slots Hey Hallo Hallo Guck mal wie ich aussehe Voll geil oder? Like a mushy Oh Warte Warte Ja ich komm zurück Ich Wollte mir eh mal einen anderen Skin holen Ja der muss dahin Ja Erstmal anziehen gell Übel sehr geile Art Charakter machen Was die grünen Dann war's denn zu großen Ja Oh Oh So richtig großen Das ist wirklich interessant Hab ich denn hier Hab ich denn hier im Buch Ach die Bücher die 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 schmeißen wir einfach hier vorne in die Truhe Stoffe drin sind rein Äh die sind wo? Da hinten an der Wand Hab ich doch in der ersten In der einen Aufnahme wird ja noch gezeigt Ach hier wo das Eisen und alles drin ist Cool jetzt haben wir schon sechs Sternschnuppen Was bringen die eigentlich? Da kannst du Wieso Wieso geh ich Mache ich denn eigentlich Tee? Kannst du Ey der Verzauberungstisch ist scheiße Ich bin ja noch nicht fertig Der ist defekt Wir müssen uns einen neuen bauen Mein Minecraft ist abgestürzt Du sollst es ja nicht andauernd rein Komm hier funzt du Wie funkt der bei dir? Ja Ne ich versuch's lieber nicht Ich hab da schlechte Erfahrungen mittlerweile Äh keine Rückmeldung Das ist wunderbar Ja Programm schließen Abbrechen So Nein Oh ich hasse meine Schuhe Ich hasse sie Ich liebe meine Schuhe Machen deine Schuhe Er kann damit höher fliegen Machen wir ein paar Bücher Scherz beiseite ich mach schon welche Meinst du meine? Ja Musst mal aufpassen wenn ich draußen bin Der Speedhack Das sind die Schuhe nicht Wer ich? Das sind die Schuhe nicht Der hat einfach nur Speedhack Ey ich sag mal wer sich das leisten kann Der ganz Oh da sind zwei Bücherregale Hammerhart Ach nicht Singleplayer Hier Da so Bin drin Gleich Wartet Hey Ey Ey ist mein Schwert Das liegt noch am Enchantment Table Ich hab's grad mitgekriegt Hallo Sooo Ja die Schuhe sind cool Meine sind cool Wie hast du die Federn gemacht? Normale Ich hab einfach eine normale Feder genommen und Gold rum gemacht Also das neuner Feld in die Mitte kommt die Feder die normale und außenrum kommt's Gold Okay weil ich hab die sonst immer nur so gefunden die Federn Und ich hab nicht gesehen wie man die craften kann Siehst du doch eigentlich wenn du ein Dings hast Nee ich hab hier noch so Hexical Essenzen Ähm Die kannst du daraus den Haben wir überhaupt noch sowas? Ich glaub man nicht Wer kommt mit Scouten? Was ein Ding ich komme einfach mal mit ich weiß wenn ich was du meinst aber ich komm mit Einfach nach den fucking Blümchen von denen so Mach's nicht ist ne Falle Ist ne Falle Uuuu 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 Was machst du? Was ich gar nicht Immer noch Was für Blumen brauchst du da eigentlich? Obsidian Habe ich meine richtige Spitzhacke mit? Ja Habe ich meinen epischen Bogen mit? Ja Habe ich genug Nahrung mit? Nein Ja was ist das? Das kann dann nicht abgebaut werden Keine Ahnung Löcke raus Keine Ahnung, aber einfach mal mitgenommen Kannst du nur zerstören Und jetzt? Oh, Redstone Ich muss mir das in so eine Spitzhacke machen Kohle Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle So, ich kann das nochmal schnell zurück Und mach mir nochmal schnell eine Spitzhacke Ne, das kommt da rein Steine Dahin Ach, der ist zu bauen, der kommt auch dahin Biologisches Das ist biologisch Das ist alles biologisch apropos, was wir hier haben Weißt du, was hier fehlt? Ne Müllverbrennung Sehr viel TNT Den ersten, den ich hier mit TNT sehe, tue ich erst dabei die List rausnehmen Oh, ich hab mein Chocopo wiedergefunden Nö Hat das rote Heizband noch Peter Pattern